Willkommen auf dem Kanal, die richtige Wahl. In diesem Video werde ich über den Samsung AU7199 Fernseher sprechen. Wenn Sie auf der Suche nach günstigen Preisen für dieses Produkt sind, benutzen Sie bitte die Links in der Beschreibung unter dem Video. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Video gefällt. Teilen Sie Ihre Meinung gerne im Kommentarbereich. Ich empfehle Ihnen auch, unseren Kanal zu abonnieren, um über neue Produkte in der Welt der Gadgets und Elektronik auf dem Laufenden zu bleiben. Los geht's! Bildschirm Pure Color Die Pure Color Technologie ermöglicht die Darstellung einer riesigen Farbpalette und sorgt für ein faszinierendes Mittendrin-Erlebnis. Crystal Prozessor 4K Spüre Farbnuancen, fast wie sie wirklich sind. Dank leistungsstarkem 4K-Upscaling kannst du viele deiner Lieblingsinhalte in 4K-Qualität genießen. Motion Accelerator Erlebe ein scharfes Bild und eine angepasste Performance durch eine automatische Erfassung und Wiederherstellung fehlerhafter Frames. 4K-Auflösung 4K-UHD-TV zeigt dir Bilder mit der vierfachen Auflösung von Full HD, damit du Details mit kristallklarer Schärfe erleben kannst. HDR HDR ermöglicht einen hohen Kontrastumfang des Fernsehers. So genießt man ein Bild, das mit einem enormen Farbspektrum und einer riesigen Detailfülle glänzt, in hellen wie in dunklen Szenen. Entwurf Dreiseitig, rahmenloses Design. Erlebe ein schlankes, cleanes Design, dessen Schönheit sich, wie die eines Kunstwerkes, aus verschiedenen Blickwinkeln zeigt. Clean Cable Solution Bringe Ordnung in deine Kabel und lasse sie mit dem TV zu einem Gesamtbild verschmelzen, damit dein Wohnraum einen aufgeräumten und schicken Eindruck macht. Konnektivität PC-Nutzung auf dem TV-Screen Verbinde einfach deinen kompatiblen PC, deinen Laptop oder dein Mobilgerät mit deinem TV und genieße die zusätzlichen Möglichkeiten, die sich dir bieten. Tap View Mit einer kurzen Berührung deines TV-Bildschirms kannst du Filme oder Musik von deinem kompatiblen Smartphone auf dem TV spiegeln. Wenn du dein TV mit deinem Smartphone antippst, kann dein Fernseher die Berührung erkennen und automatisch deine Inhalte spiegeln. So kannst du unterschiedliche Inhalte deines Smartphones schnell und komfortabel auf deinem TV genießen. Das Fernsehgerät verfügt über optischen Audioausgang. So können Sie den Ton von Ihrem Fernseher an Ihr Heimkinosystem übertragen, indem Sie die beiden Geräte einfach über ein optisches Kabel miteinander verbinden. Das Modell unterstützt 5 GHz Hochgeschwindigkeits-Wi-Fi und Bluetooth 5.2. Audio Cue Symfony Cue Symfony ermöglicht, dass die Lautsprecher des TVs und der Soundbar aufeinander abgestimmt gleichzeitig spielen können. Das erzeugt einen überzeugenden Surround-Effekt, der durch das harmonische Zusammenspiel zwischen TV und Soundbar kreiert werden kann. Smart TV EcoSmart Remote Kompatible Geräte und Inhalte mit nur einer einzigen Fernbedienung steuern. Die minimalistische Form ist auf das Design der TV-Geräte abgestimmt. Einmal verbunden, werden kompatible Geräte automatisch erkannt. Die minimalistische Fernbedienung überzeugt durch ihr Material, das aus ca. 24% recycelten Kunststoffen hergestellt wird. Zugängliches TV-Erlebnis Samsung unterstützt im Bereich Fernsehen mit sogenannten assistiven Funktionen, die dabei helfen, das umfangreiche Angebot moderner Smart-TVs zu nutzen. So können auch Menschen, die unterschiedliche Seh- oder Hörbeeinträchtigungen haben, ohne fremde Hilfe einen Zugang zu aktueller Technologie finden. ÖkoSensor Der ÖkoSensor regelt die Bildschirmhelligkeit automatisch, je nach den aktuellen Lichtverhältnissen, vor dem TV-Gerät und spart so Energie. Kundenrezension Ich habe mir die Bewertung von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Obwohl die Aufnahmefunktion im E-Manual beschrieben ist, gibt es sie nicht. Kein Handbuch Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Sehr guter Empfang von SD- und HD-Programmen. Keine Verzerrung im Bild. Der Ton ist okay. Bild ist klasse. Unkomplizierte Installation. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie in der Beschreibung unter dem Video Links zu den besten Preisen von diesem Produkt finden. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Wenn Sie das Video nützlich fanden und es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Wir sehen uns bald wieder.